Und es geht gleich weiter. Wir haben jetzt beide Streben dort. Und hier dürfte alles... Oh, da. Jetzt sieht es aus, als hätten wir hier alles. Oder? Jep. Dann ist es Zeit. Oh. Das sind die Wachen. Die Wachen von Rainer Kallmund. Aber ihr könnt uns nicht aufhalten. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Hör so wenig wie die anderen. Privatköche von Rainer Kallmund. Wilfried ist nur ein Deck. Na. Sieht sehr heiß aus. Schafe! Hui. Endlich wieder das Geblöke. Schon lange nicht. Also... Das Reine Feuer muss wieder aufpassen. Jetzt verliere ich wieder unnötig die Scherbe. Oh. All das für einen aufgeblähten Halbling. Damit könnte man 100 Schergen hüttern. Die Roten. Diese Halblinge verwenden sie dazu, das Kochfeueranzug achten. Oh. Sie kontrollieren die Flammen wohl mit diesem Rad. Das sind die Roten. Der zweite Schergen. Okay, hier tue ich. Jo. Ah, ich glaube, ich weiß wo. Auf, dass sie ihn ausfüllen. Ah, ha, ha. Ah, ha, ha. Ah, ha, ha. In der eigenen Küche gegrillt. Das ist geradezu groß. Das ist voll der Krillfleisch für Mitglied. Nur ein brennender, schneidender Halbling ist ein guter Halbling. Kein Futter mehr für ihn. Der soll nicht noch fetter werden. Ich glaube, das hindert ihn nicht. Ich stecke dir da fest oder was? Gut. Dann gehen wir mal weiter. So viel Geräusch, ey. Wie passt der hier durch? Da vorne ist er ja. Ja. Da oben noch. Dann machen wir uns für den Kampf bereit. Für den Meister! Okay, hier ist nichts mehr. Dann gehen wir doch mal ran. Boah. Der zeigt mir auch noch seinen Arsch. Oh mein Gott. Das ist absurd. Mein Gott. Springt von hinten. Auf ihn drauf. Gott. Er macht ungefähr dasselbe wie die Trolle. Scheint ungefähr gleich besiegbar zu sein. Nein. Kommt her, Schergen. Feuerball bringt anscheinend überhaupt nichts. Was macht er jetzt? Oh Gott. Er ist noch fetter geworden. Woher hat er diese Kleider? Es ist wirklich Es ist. Jetzt. Jetzt! Gleich haben wir ihn. Gleich! Es ist geschafft! Oh mein Gott, oh mein Gott, was passiert jetzt? Und das ist das konzentrierte Böse. Ja! Er sammelt sich in jenen mit einem besonders bösen Charakter. Jetzt heute mit dem Bild fertig sein. Solltet ihr unsere feurigen Freunde suchen gehen? Also, ganz ehrlich, wenn das das konzentrierte Böse ist, will ich nicht böse sein. Wenigstens ist jetzt der erste der sieben Helden tot. Käfer! Ich glaube, bevor wir weitergehen, werde ich mal ein neues Video anfangen. Also, man sieht sich. Das war's für heute. Ich glaube, ich bin der erste Rго folder written. Ich glaube, jetzt kann man einfach rüberzäholt sein. Achریsch Cortierte Böse. Das ist dasFin. Aber ich kann dir das irreg opportunities sein. Untertitelung des ZDF, 2020